guten tag wir zwei wieder die zwei vom festival wir wollen euch mal erzählen wir waren auch viel innovation in urbach urbach im westerwald ja war ein meiner meinung nach super geiles festival wo ich mir denke kann das nicht zwei tage niemals aufhören ja erzähl du weil meine stimme ist immer noch deine stimme ist immer noch am arsch ja so ein bisschen ja wie gesagt ist ein hübsches kleines festival ist auf 999 personen beschränkt so viele waren aber auch wochenende leider nicht da und ja was kann man noch erzähle super coole leute muss man dazu auf jeden fall haben so glück gehabt mit unseren platznachbarn und was alles drum herum war mega einfach bombe ja das bühnenprogramm war auch eine gute auswahl von gutem heavy metal bis black metal und trash und und piratenmusik würde ich mal dazu sagen ja wer mir sehr ins ohr gegangen ist war die die firma wollte ich gerade sagen die firma die 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 band die hell dosas ja die waren meine man meiner meinung nach somit die besten ja dicht gefolgt von scale 4 ja dicht gefolgt von scale 4 genau die waren unsere favoriten würde ich sage besuch ist auf jeden fall wert total also wir haben nächstes jahr wieder dabei ja auf jeden fall die virtuelle hat da auch gespielt muss man lieben oder hassen was wollen wir noch erzähle ich weiß nicht keine ahnung wie gesagt die running order die werde ich mal ein kann sich jeder mal anhören mach mal eine youtube die die ganzen insider was vorgefallen das lassen wir besser wer weiß wer das guckt viele grüße an unsere zeltnachbarn ihr wart die coolsten auf jeden ja genau die tage kommt noch das auspack video wo ihr darauf wartet ja ich komme von der arbeiten habe die kiste vergessen oder wusste es nicht mehr oder egal ich habe es vergeigt genau er hat diesmal vergeigt einmal mit profis arbeiten ja ich mache auch fehler entschuldigung ja so sieht das aus wie gesagt viel den welchen merken und nächstes jahr auch vorbei schauen ansonsten wir melden uns die woche noch mal oder wocheend in diesem fall zeitnah ist die tage auch 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 auch